Willkommen zurück, liebe Leute, zu Unbound Worlds Apart. Okay, da kommen wir gut durch, da kommen wir auch gut durch. Oh, kann man ja... Moment, hier geht's noch weiter. Ah ne, doch nicht! Ah! Lass mich raus! Sekunde, wo bin ich? Ich bin nicht mehr weit entfernt. Ach, wenn ich als Kleiner da drauf stehe, dann zerbricht das nicht? Okay. Ach so, Checkpoint, yay! Moment, Checkpoint, oh, das ist aber nicht gut. Alter, jetzt wollte ich es aber echt... Na gut, sie wollten schon oft genug wissen. Es war genau die Höhe, ich wusste es haargenau. Alter! Hui! Ich komm mit dem Doppeldash, gut klar. Wow. Ups! Ich dachte, ich erwische ihn nicht. Die dürfen nicht kollidieren! Das ist gemeint, das wusste ich nicht. Ach, das geht auch nicht. Obwohl doch, die Idee ist nicht schlecht, aber... Die Umsetzung war einfach nur schlecht. Und da hätte ich einfach durchziehen müssen. Nein! Obwohl, wartet mal, ich hab mal eine andere Idee. Okay, nee, die funktioniert nicht. So viel zu der Idee. Oh Mann, wie soll denn das jetzt gehen? Moin! Wie geht das denn? What the hell is going on? Von da aus schaffe ich es, aber... Na! Gar nicht. Vielleicht auf dem Weg runter? Nee. Ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Ach, Mann! Millimeter höher. Der ist fies. Ha! I did it! Okay, hier komm ich nur als Kleiner lang. Das war ja ein einfaches Rätsel. Das war auch simpel. Oh, das schreite schon wieder nach einem Boss. Oh. Okay, sammel dich, tu. Hallo, grüß dich. Ja! Ah, ich glaub, ich weiß, was ich machen muss. Okay. So, jetzt hast du Angst, ne? Oh. Okay. Auswendig lernen. Nein! Nichts von wegen aus, wenn ich lerne. Okay, einer weniger. Boah. Nein! Warum bin ich rausgesprungen zu früh? Es hätte so gut funktioniert, aber nein. Ich muss es natürlich wieder verkacken. Okay. Okay. Wow. Nein! Komm, du kommst nicht mal so runter, ne? Eigentlich ja. Erst das Portal auflösen, dann dich verwandeln. Äh, dann springen. Kommt dann nochmal runter. Kommt dann nochmal runter. Na, was? Jetzt musste ich in seinen Maul rein. Damit hab ich doch nicht gerechnet. Ey! Das war unfair. Damit hab ich nicht gerechnet. Ah. Okay. 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 Hä? Ja, moin. Ja, wo ist... Ja, wer bist du denn? Okay. Okay, ja, hier darf ich jetzt hoch. Oh, ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt echt böse gewesen, wäre ich jetzt dem voll ins Gesicht gesprungen. So, über die Brücke darf ich wahrscheinlich noch nicht rüber. Aber ich finde einen Weg, um die Brücke zu reparieren. Warum hat mir jetzt vorher niemand gesagt, dass hier ein Checkpoint ist? Mann! Hätte ich mir sehr viel Zeit ersparen können. So. Ich kann jetzt rechts lang, wo ich aber glaube, dass es ein Fehler ist, weil da komme ich nicht lang, ne? Genau. Was haben wir denn dann hier für eine Mechanik? Ich musste sogar erst da hoch. Okay. Okay. Wir sind die Architekten einer neuen Realität, frei von dem verblassenen Schatten der alten Gelehrten. Ihre Zeit ist vorbei. Ja, ich brauchte das, definitiv. Äh, 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 äh. Okay. Okay. Ich könnte aber auch rechts, äh, links lang, ne? Also so ist es jetzt nicht. Ach so. Ist doch viel einfacher. Ah, Falandra. Ah, ich dachte, das wäre eine Spinne. Ich dachte, dass dieses Zeug hier gerade eine Spinne wäre. Hier werde ich wieder zum Stein. Ne, da komme ich so nicht hoch. Halt, stopp. Ich kann da drunter stehen, ne? Wobei, wartet mal. Okay. Der war gut. Ich muss gar nicht von da springen. Ich kann von hier springen. Gut, dann wäre ich ein Stein. Aber was hätte ich denn da für einen Vorteil? Kann da oben gar nicht langen. Oh, man. Oh, man. Okay. Also das ist jetzt richtig simpel. Okay. Auch das ist jetzt... Das hat doch gerade geklatscht wie sonst was. So, Tro, jetzt... Nein! Das sah so gut aus. Das sah so gut aus. Dieses Spiel. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Oh, ich habe es geschafft. Ich muss ein Stein sein. Nein. Okay. Wie soll das jetzt gehen? Okay. Wie soll das jetzt gehen? Äh... Äh... Ah, warte mal. Oh, jetzt weiß ich wieder, was ich machen muss. Oh, nein. Nein. Genau das. Ich kotze. Oh, oh, oh. Wer hat das nicht schon geliebt? Verdammt daneben. Ich habe extra noch gedrückt. Ah. Okay, wie komme ich da jetzt dann rüber? Da komme ich doch gar nicht rüber. Oder täusche ich mich da jetzt? Gut, die Möglichkeit besteht noch, dass ich da in das Loch muss. Aber... Aber... Au. Au. Okay, wir probieren das in das Loch. Durch die Wogen der Dunkelheit, die uns umgibt, ist ein junges Licht aufgeflackert. Möge es für immer hell brennen. Ja, wenn ich da durchgehe, verliere ich aber wieder meine Fähigkeiten. Und da habe ich dann wieder die normale Fähigkeit. Na, geil. Und da. Hä? Nagai? Wenn ich da doppelt durchgehe, ist das vielleicht die Lösung? Ähm... Ja... I don't get it. Den schnalle ich jetzt nicht. Weil ich komme ja mit dem Stein gar nicht zurück. Gut, schauen wir einfach mal in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich, sag bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohot Rhein. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Untertitelung des ZDF, 2020